Mein Name ist Sabine Haas-Schinzel. Ich wohne in der Nähe von Ulm, bin selbstständige Ergotherapeutin und zertifizierte Handtherapeutin und habe tagtäglich das blaue Wunder bei mir im Alltag zur Verfügung in der Hand und bin sehr zufrieden damit. Ich habe Schwierigkeiten hier eventuell mit der Hand dazwischen zu kommen und da setzt sich natürlich ganz ganz Staub ab und gerade durch die Länge vom Teleskopstaub eignet sich das natürlich wunderbar um an allen Stellen mit dem Staubdaster dann entsprechend gut dazwischen zu kommen. Da wird man sich mit einem normalen Tuch wesentlich schwerer tun und so kann man da kurz drüber fahren und das wieder auf die Seite stellen oder auch beim Zurückstellen dann hat man ja wieder die Fingertapper drauf und das fällt in dem Moment wo man die Soft Hands an hat komplett weg. Ja da sind ja tolle Sachen drin. Wunderbar. Oh wow, was ganz Neues, den ich noch nicht kenne, den Favoriten. Boah, voll nach Zitrone und nach Frühling. Sehr gut und das kenne ich auch noch nicht, das Edelstahl-Spray. Super, klasse, ganz tolle Sachen. Und ja, sehr wichtig für die Terrasse. Ein Bio-Außenreiniger gegen das Moos. Klasse, vielen, vielen Dank. Und habe eine eigene Praxis und arbeite da eben mit Patienten im Handbereich, aber auch im allgemeinen ergotherapeutischen Bereich. Und auch da ist das blaue Wunder bei uns immer wieder im Alltag zugegen, weil es einfach viele Dinge gibt, wo man die Sachen gut einsetzen kann. So habe ich zum Beispiel die Geschirrtücher bei mir am Schienenbecken liegen. Da wird immer viel mit Wasser gearbeitet und die Geschirrtücher sind ein absolutes Saugwunder. Und wenn ich was abzureinigen habe, wegzuwischen, dann funktioniert das hervorragend. Und wir verwenden jetzt keine Papiertücher mehr zum Abreinigen von den Ultraschall-Gelen an der Patientenhaut und auch am Ultraschallkopf. Und das funktioniert hervorragend. Das schont die Umwelt und das schont natürlich auch einen blauen Geldbeutel. Es ist wirklich effizient. Und das sind die Aspekte, die mich überzeugen vom blauen Wunder, die Produkte zu benutzen, weil ich eigentlich nicht als Hobby putzen habe. Aber ich hasse es, wenn es nicht effektiv ist, meine Arbeit in dem Moment. Und beim blauen Wunder tue ich mir da einfach leichter, weil es funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank.